Während der circa vierwöchigen Produktionszeit unterstützen wir Sie bereits zu Beginn bei der Pressearbeit im Bereich der TV, Print und Online-Medien. Während der Produktionszeit sind unsere Teamfahrzeuge sowie unsere Mitarbeiter entsprechend gebrandet und machen die TV-Produktion für Ihre Gäste, Einwohner und Mitglieder Ihres TVBs in der Region zum Event. Spektakuläre Produktionstools, wie zum Beispiel der Helikopter für die TV-Luftaufnahmen, sind ein Eyecatcher und sorgen für große Aufmerksamkeit. Nicht nur bei den TV-Aufnahmen, sondern auch beim Filmschnitt beziehen wir die Öffentlichkeit während des Entstehens der Tourismusfilme in die Produktion mit ein. Gäste und Einwohner erleben somit hautnah die TV-technische Reportage der Region mit ihren Gastgebern und touristischen Dienstleistern bis hin zur großen Gala-Premiere mit der Präsentation der neuen Tourismusfilme.